In diesem Video zeigen wir euch den Event-Match-Modus. Yes. Show it to me. I show it to you. That was not the Event-Match-Modus. Wrong button. So we get back. Das war nämlich der Classic-Modus. Das ist der Event-Match-Modus. Yes. I press the start. Join the nature. Join the lead. Matt. Matt. I'm Dan. And now we bash Bowser and the monster DD. Yes. You see that? Da gibt's halt immer Aufgaben. Man bekommt fest vorgegebene Charaktere. In dem Fall Mario und Kirby. Kirby. Und jetzt müssen wir unsere Widersacher voll in die Schalte weisen. Genau. Piazza Delfino. Piazza Delfino. Super Mario Sunshine. Bowser und DD. Ich bin ein Kirby. Das sind ja unsere... Ich bin gerade hier. Yay, Bowser, weg da! Ich kann die aufschnuppen. Das tolle ist, wir haben zwei Leben, die haben nur eins. Das heißt, es ist an und für sich eine lösbare Aufgabe. Oh, ich erinnere mich an diese Insel. War nicht dein Stern versteckt. Ja! Ja! Success! Yes! Got it! Der nächste. Komm, wir hauen jetzt hier vor rein. Sollen wir die nächste machen? Ja, mach ruhig, oder? Ja, mach mal nächste. Oh, die nächste. Oh! Oh! Oh, ich freue mich zu viel hier, Spoiler. Ne, ne, da gibt's auch bestimmt noch mehr, aber wir sind zu dämlich, die frei zu spielen. Genau, beziehungsweise, wir sind zu schlecht. Weil wir sind so schlecht. Weil wir sind nur grün, wie wir gerade gesehen haben. Ich bin Shiggy! Ich bin Pikachu mit dem Monsterangriff. Das hier ist das Pokémon-Mero-Match. Das ist ein Trainer-Ruell. Pikachu ist echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Oh Gott, wo will ich hin? Wo will ich hin? Jetzt haben die auch zwei den. Jetzt bin ich mieser Samen. Weg mit dir! Weg mit dir! Weg mit dir! Bling! Einen hat er noch. Und da kommen noch mehr. Ein Glurak. Glurak? Ich denke, Glurak ist rot, oder wie? Ja, das ist ja die... Die Brault'sche Farbgebung. Jo, voll die Kiste an den Kopf. Oh, ich bin Flamman! Flammen gegen Flammen, man muss Feuer mit Feuer bekämpfen. Du bist tot! Du springst direkt hinterher. Ja, weil's so lustig ist. Nein, da war ein blödes Laufband. Mehr ist zunächst. Sun Death, es geht schnell. Sun Death? Na gut. Und dann haben wir es schon hinter uns. Ja, das ist dann der Tolle der Bus. Es sind halt immer unterschiedliche Aufgaben, wie gesagt. vorgegebene Charaktere und Knüppel. Da gibt's auch bestimmt eine Story zu, aber das kann man halt... Die kann man sich dann ausmalen. Ja. Man kann jetzt natürlich weit ausholen. Ja. Wir alle sind lebrakrank und fliegen jetzt gleich voll aus dem Bild. Oh mein Gott! Ja! 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 Ich kann das nicht. Ja! Jetzt fliege ich gerade weg. Das hat gereinigt. Man musste nur überleben. Ja. Ja, hier musste man... Genau. Wir müssten überleben. Wir mussten überleben. Ich hoffe, ihr habt auch dieses Video überlebt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020